Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit. Der Mond ist der uns nächste Himmelskörper und der einzige, auf dem wir von der Erde aus außerirdischer Landschaften betrachten können. Hallo, mein Name ist Ronald Steuern. Ich bin Verleger und Autor zum Thema Astronomie und begebe mich diesmal für Sie auf die Mission zum perfekten Mondatlas. Eines meiner letzten Projekte war der Duplex Monatlas. Ein praktischer Atlas der Wohnoberfläche, erstellt aus einem digitalen Geländemodell mit zwei Kartensektionen für Zenit-Bismar- und Spiegel-Teleskope. Mit Ringbindung und wasserabweisender Verarbeitung. Was will man mehr? Vielleicht geht ja doch noch mehr. Eine Rezension in der Zeitschrift Pläne und Weltraum gab den Anstoß zu einer neuen Idee. Wie wäre es, den weltweit besten Mondatlas noch besser zu machen? Die Auflösung der Mondgraden noch weiter zu steigern? Den Maßstab so zu ändern, dass mehr Feindetail sichtbar ist? Die Seitengröße so zu ändern, dass die Übersichtlichkeit nochmals verbessert wird? Size Matters. Wir verdoppeln das Format des Duplex Monatlas. Aus der A4 Normalausgabe wird so die Deluxe-Ausgabe in A3. Das größere Format lässt auch Platz für zwei Sprachen, Englisch und Deutsch. Wir haben uns von der Druckerei schon einmal ein Muster erstellen lassen. Unglaublich, was man da an Detailtief und Übersichtlichkeit gewinnt. Die Qualität der Bildvorlagen wurde so erst richtig ausgenutzt. Das Ergebnis ist sehr beeindruckend. In einer Vorab-Umfrage haben mehr als 500 Wohnfreunde ihr Interesse an einer A3-Ausgabe bekundet. Jetzt zählt's. Mit Ihrer Vorbestellung können Sie den Duplex Monatlas Deluxe Wirklichkeit werden lassen. Tragen Sie jetzt dazu bei, dieses einzigartige Projekt zu verwirklichen, damit es bald heißen kann, Mission erfolgreich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017